hallo und herzlich willkommen zur ersten ausgabe von meinem video podcast es war schwein mal aber nicole von nicole's welt natürlich auch dabei ist ja ihr kanal und leonardo ja leonardo aus bestimmten grund denke ich mal ja wir haben doch letzte woche das märchen von rotkäppchen oder rotzüge gemacht wer stirbt dann da hinten und daran da sind uns zwei sachen aufgefallen zum einen dass es spaß macht märchen auseinanderzunehmen ja und dann ist uns aufgefallen dass es noch keinen podcast mit tieren gibt also wo tiere sprechen sollen wir jetzt mal ändern hinterher meine comics schreiben ob ihr schon ein podcast kennt wo ein tier moderiert und dann ist uns aufgefallen dass die meisten märchen total bescheuert sind und darum wollen wir jetzt anfangen märchen auseinanderzunehmen und die hoffen hat spaß dabei ich muss dazu noch sagen die geschichten die ich jetzt nacherzähl und vorlese stammen aus einem amerikanischen märchenbuch und da steht auch extra unten drunter märchen nacherzählt und nicole hat im vorfeld sich entscheiden dürfen zwischen drei märchen und hat dann ein ganz bestimmtes gewählt vielleicht könnt ihr es ja an der wahl von leo schon erkennen aber das sind die drei möglichkeiten schneeweißchen und rosenrot von den gebrüdern grimm hänsel und gretel von gebrüdern grimm oder der gestiefelte kater nicht von den gebrüdern grimm sondern von christian perrault aus frankreich und ihr seht nicole ist da eigentlich schon am rumschlafen denn die idee ist auch dass wir es euch jetzt unter eurer decke schön bequem macht so wie ich oder auf der couch und dann machte den fernseher mal aus und entspannte einfach und wir gehen das märchen durch und dann erfahren wir vielleicht wie es damals im 16 17 15 jahrhundert üblich war und 14 und was wir daraus heute für uns unser leben schließen können und wo einfach totaler quatsch im märchen ist ich fange mal anja das märchen ist in meinem kopf auf seite 71 53 74 73 53 ich krieg's nicht oder besucher seite 71 der gestiefelte kater es war einmal ein müller sowie den papa der heißt ja auch als er starb hinterließ er seinen kindern nur seine mühle sein esel und sein kater ist ja auch für der papa die mühle ist sein altes motorrad der esel ist ein bruder der aus der leute und der hatte kater ist ja wahnsinn aber dann sage ich gleich erlebt auf einer mühle und hat nur ein kater ist das realistisch nicole aber wären dann nicht dort auch katzen jede menge aber ist das realistisch dass auf einem bauernhof nur eine katze lebt wahrscheinlich nur eine die bei ihm lebt weil die sind ja sehr territorial du meinst das geht das wollte ich nur gewusst aber immer wenn ich auf bauernhüfen war war ja nicht viel weil schweine und schweine dürfen ja nicht zusammenkommen sagt der gesetzgeber dann habe ich dann die katzen gesehen habe ich immer entweder habe ich mal ganz viele katzen gesehen der besitz war schnell aufgeteilt ohne dass ein rechtsanwalt oder ein gericht benötigt wurde die gebühren hätten nämlich die ganze armselige erbschaft verschlungen jetzt müsst ihr euch mal vorstellen die waren damals schon so teuer die anwälte und die richter und vor allem dass das in einem märchen extra erwähnung findet so nach dem motto in your face herr anwalt rechtsschutzversicherung für der arra gab so nicht oder von der ergo oder von der allianz oder von allianz das gab es alles noch nicht und deswegen wurde die erbschaft wie folgt aufgeteilt jetzt musst du dir überlegen ob du damit zufrieden wärst du darfst jetzt erstmal entscheiden bist du der älteste sohn der zweitälteste sohn und der jüngste was wärst du gerne was wärst du gerne in dieser konstellation ok du wärst gerne der jüngste sohn der älteste sohn bekam die mühle der mittlere sohn bekam den esel bekam den kater und so wie du steht auch hier im buch mit dieser kleinen erbschaft war der dritte so nicht gerade glücklich hallo ja aber vielleicht ist ja vielleicht sind ja schulden auf der mühle ich hätte da schon recht anwalt genommen ja ich will das nachhinein wenn ihr wusstet dass das der deal so ausgeht oder alle das was ich gekriegt habe war diese fucking katze wenn meine brüder gemeinsam arbeiten haben sie einen ansehnlichen lebensunterhalt sagte der jüngste sohn aber was werde ich tun wenn ich erstmal den kater gegessen und aus seinem feld ein schal gemacht habe also das märchen stammt aus frankreich wir werfen heute den chinesen und asiaten wo sie essen katzen aber scheinbar hat man im europäischen kulturraum damals unter ganz normalen umständen hat auch katzen gewissen wenn man hunger hatte ja und genauso der kater überhörte seine worte und richtete sich würde voll auf das zeige ich mal dass er leo jetzt nicht ganz so würde voll würde voll ne leo nicht mal an er leon ich mir blieb ich mir danke damit ja würde üben wir noch mal bis zum nächsten mal weiter märchen aber jetzt kommt die können nämlich quatschen sollte man die den kater übernehmen Ja, Leo, mach das mal. Sei nicht traurig, mein Herr. Du brauchst mir nur einen Sack mit einem Zugband und ein paar Stiefel heben, die für mich extra angefertigt werden. Ich geh mal dazwischen, ne? Er hat nichts. Er hat nur einen Kater. Dann soll er noch einen Sack besorgen. Und jetzt soll er extra zum Schuster heben und ein paar Stiefel für Katzen anfertigen lassen. Geh mal in heute. Wenn du jetzt Schuhe extra anfertigen lassen willst für mich, also für Leo oder auch für mich. Was kostet das ungefähr? Erstens würde mich der Schuhmacher in die Klapse einweisen. Okay. Obwohl, es gibt heute auch schon orthopädische Schuhe für Tiere. Ja, wir reden aber von einer Maßanfertigung. Aber damals war das Uni so teuer wie jetzt. Immer in Relation gesehen. Also ich weiß, der André, also dein Freund, der hier hinter der Kamera sitzt, der hat damals in der DDR die Familie für eine Vierraumwohnung 80 Mark Miete bezahlt. Klingt nicht viel. Aber sie haben auch nur 400 Mark bekommen im Monat. Das war noch viel weniger. So. Also was meinst du, was kostet heute so ein paar Schuhe? Und zwar richtig so als Stiefel. Du weißt ja, der hat nicht einfach nur so Schutzkappen. Also wir brauchen Schuhe. Nee, stopp, stopp, der hat nicht nur Schutzkappen an. Der hat ja richtige Stiefel, der gestiefelte Kater. Du würdest also richtige Stiefel machen lassen, die auch noch auf Katzenpfoten passen. Was glaubst du, was würdest du da heute für bezahlen? Ein paar hundert Euro. Ja, und jetzt stell dir mal jemanden vor, der nix hat, der schon drüber nachdenkt, die Katze aufzuessen, der soll ein paar Schuhe anfangen lassen. Und womit? Er hat nur eine Katze. Vielleicht kann er Mehl tauschen. Und wie du ja gerade gehört hast, wenn meine Brüder gemeinsam arbeiten, haben sie einen ansehnlichen Lebensunterhalt. Das heißt, sie haben ihm gleich gesagt, Aktion, aufrechter Mittelfinger, du kannst gehen, mein Freund. Du hast hier nichts beizutragen. Die lassen die nicht mal als Knappe oder als Knecht die Mehlsäcke schleppen, damit er was zu essen hat. Die sagen, du kannst gehen. Und diesen verlausten Kater nimmst du völligst mit. Ist das nicht eine Art, das ist Familie. Verstehst du? Familie. Ja, Leo kriegt ja jetzt eigene Schuhe. Also er redet weiter. Lässt du mir ein paar Schuhtiefel anfangen? Mit denen kann ich durch das Unterholz gehen. Was ist das für ein Satz? Jetzt passt voll zu Leo. Du wirst sehen, dass du nicht halb so schlecht davon gekommen bist, wie du jetzt gedacht hast. Vor allem, schickt er das? Ich würde ja erst mal kippen, warum meine Katze quatscht. Ja, ich würde direkt zum Zirkus fahren. Ja, auf jeden Fall. Alter, gibst du mir zehn Gold? Du, meine Katze kann quatschen. Aber vielleicht hat dich, vor allem, warum hat er sich nicht gewundert, dass du eine Katze quatscht? Bei Disney Plus habe ich einen Trailer gesehen, da kommt demnächst der einzig wahre Ivan. Das ist ein Gorilla. Der wird aus der Gefangenschaft geholt. Das ist ein Trickfilm. Das ist ein Mix aus echt und digital Animation. Das heißt, der Affe ist digital animiert. Genau, und der kommt im Zirkus und freundet sich mit dem Hund und dem Elefant an. Und dann fängt er an zu malen. Da schmiert er dann so drei Striche auf dem Blatt Papier. Das kann ich besser. Nebenbei, ich will ja demnächst nochmal malen für euch. Ja, wenn mein Vestibularsyndrom wieder ein bisschen besser ist. Deswegen liege ich auch so, ich bin echt schwindelig. Ja, er versteht alles, was ich sage. Ich verstehe alles, was er sagt. Und der kann dann malen und ist auf einmal die große Sensation. Jetzt stellt euch mal vor, dieser Affe könnte sogar sprechen. Da ist Kohle drin. Obwohl, ich glaube, obwohl das war ja die Zeit, in der heutigen Zeit, würden sie, wenn er sprechen würde, den sofort aufschnippeln. Kommt drauf an, wer ihn erwischt. Alf konnte sich verstecken. Alf schon. Ja. Aber jetzt im letzten Teil von Alf, da haben sie den schon im Käfig eingesperrt. Also ob sie den aufgeschnippelt haben, das haben sie ja nicht aufgeklärt. Aber wir müssen mal ein bisschen vorankommen. Wir sind schon bei 11 Minuten. Aber Podcasts sind ja lang. Aber vielleicht schläft dadurch der Zuhörer schneller ein. Obwohl der Herr, jetzt ist der jüngste Sohn schon ein Herr, er hat nichts als einen Kater, aber er ist ein Herr. Der feine Herr mit seinem Kater. Was bin ich denn erst? Ich habe ein Schwein, ich habe eine Katze, ich habe andere Tiere. Du bist eine feine Dame. Eine von uns zu. Du bist wohl was Besseres, weil du ein Tier hast. Wie? Obwohl, ich sage jetzt nicht mehr der Herr, ich sage jetzt der feine Herr, obwohl der feine Herr dem Kater nicht allzu viel Vertrauen in dieses Versprechen schenkte, entschloss er sich doch, alles zu versuchen, um der Armut zu entgehen. Und jetzt kommt die Begründung, warum er sich auf den Deal mit den Stiefeln einlässt. Schließlich hatte er auch sehen können, wie sein Kater lustige Tricks aufführte, um Ratten und Mäuse zu fangen. Was hat er denn gemacht? Vor dem Loch gesessen und gewartet. Gehe ich mal von aus. Ja, das sind ja so. Leo sagt, so ein Quatsch. Wir sind total gut und wollen so einen Ratten fangen. Und wenn wir jetzt noch Stiefel an hätten, was denkst du, wie dann die Fangquote steigen würde? Der würde die Todsteppen machen? Ja. Hat man ja beim Trickfilm gesehen, nicht wahr? Hat er die Todsteppen? So. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Wir waren beim Schuster. Wir haben die Schuhe anfertigen lassen. Mit Steppendinger dann und er wollte der Armut entgehen und gibt dafür erstmal noch richtig Kohle aus. Und sind jetzt also an dem Punkt, wo alles da ist. Und gehen weiter. Als der Kater alles erhielt, wonach er gefragt hatte, zog er sich die Stiefel an. Oh je. Er tat etwas Getreide und Salat in den Sack. Wo hat das her? Geklaut? Hallo, die haben noch eine Höhle. Ja, deswegen darf er doch nicht einfach von seinem Bruder Getreide aus dem Sack nehmen. Es ist geborgt. Es ist Mundrauch. War das damals auch okay oder hat man damals auch eine Hand abgehakt gekriegt? Na, eher eine Pfote, war Katze. In Arabien. Vor allen Dingen erstmal, er tat ein bisschen Salat und Getreide in den Sack. Leo tut sich ja schon schwer, einen Ball mit dem Maul hochzuheben. Wie macht man bitte Getreide in den Sack als Katze? Hallo, Pfoten? So schieben oder was? Mit Dreck zusammen oder wie? Ich würde mal sehen, ich hätte ja nicht gesehen, wie er sich die Schuhe anzieht. Ja, Schnürsenkel bindet, wa? Schnürsenkel bindet. Oder die hatten damals schon Klettverschluss. Klettverschluss. Gummizug. Ja, ich verstehe. Vielleicht hat er es auch mit Hosenträgern an den Schnurhaben gegeben. Oder die standen da und er ist von der Leiter in die Schuhe gesprungen. Ja, das wäre auch möglich. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, wie bei dem Dreamworks-Film, dass der Kater wirklich solche Riesenstiefel anhat, die gehen ja ihm ja bis über das Knie. Das sind ja Riesenbocker. Okay, wir sind dabei. Er tat etwas Getreide und Salat in den Sack. Er kann ja nicht dass ich mir die Knie einklicken. Er kann eigentlich gar nicht mehr laufen. Und hier steht ja, er tat sie über die Pfoten. Apropos Knie. Über alle vier oder nur zwei. Ines hatte gesagt, du, deine Hose ist kaputt. Ja, stell dir doch vor, es wäre ein Minirock mit zu viel Stoff. Dann passt das wieder. Also, er tat etwas Getreide und Salat in den Sack, schwang den Sack über seine Schulter. Warte mal, warte mal. Warum hat er sich Salat in den Sack getan? Er wollte doch einen Jutesack haben. Ja, aber wozu macht er da Salat rein? Keine Ahnung. Das ist eine Katze und viel mehr schweig. Wir sind ja so. Und machte sich auf den Weg zu einem Bau. Zu einem Bau? Er wusste, dass er dort viele Kaninchen finden würde. Ach so. Vor dem Bau legte er sich hin und stellte sich tot. Wie macht er das mit den Stiefeln? Einfach fallen lassen. Dann wartete er, dass einige junge und unerfahrene Kaninchen in seinen Sack gingen, um den Köder zu fressen. Wie hat er den da aufgestellt? Ich habe keine Ahnung. Er legt den Sack da hin. Da ist ja ein Zugband dran und dann stellt er sich tot. Aber als Kaninchen, wenn ich eine Ratende kenne. Du hast doch ein bisschen Erfahrung mit Kaninchen. Wenn da totes Aas liegt, geht man dann einfach hin oder nimmt man Abstand? Also ich glaube, Kaninchen würden sogar Fleisch essen. Echt? Schweinchen? Ja, ja. Ich glaube schon. Nienchen würden Whiskas kaufen? Ja. Vor allen Dingen essen ja auch mehr. Aber Hühner machen es ja auf jeden Fall. Die essen ja... Ja, würde auf alle Fälle Aas essen. Okay. Also wo würden die Kaninchen jetzt dran rumschnappern? An dem Getreide und dem Salat? Weil es ja im Sack ist oder lieber an der Katze? Ich glaube, ich würde eher an den Salat rumknabbern. Aber dafür müssen sie ja in den Sack hinein. Naja, wenn da nicht so viele Menschen rumrennen, haben sie auch keine Angst. Und du meinst, Katze riecht nicht so bedrohlich? Naja. Weiter. Bald, nachdem er sich hingelegt hatte, begann sein Plan zu arbeiten. Wie sagte immer Tiberius vom A-Team, Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ein junges Kaninchen wurde in den Sack gelockt. Sofort fing es der kluge Kater ein, indem er den Sack mit der Zugleine verschloss. Stolz auf seinen Fang ging er zum Palast und bat um einen Empfang beim König. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich gehe in die Welt und hole mir ein Kaninchen. Und dann nehme ich das Kaninchen und gehe zu Angela Merkel und sage, Schau, Angela Merkel, ich habe ein Kaninchen gefangen. Und zehn Minuten später finde ich mich in der Klapse wieder. Mit Zwangsjacke und Algo drin. Oder wäre ich gleich in den Kater berufen. Du bist ein Schwein. Ach so, ich bin ein Schwein. Ja und? Wenn du reden kannst, dann wirst du gleich mal aufgeschnüppelt von den Wissenschaftlern gewusst. Na gut. Jedenfalls hat der jetzt ein Kaninchen gefangen und bittet um Audienz beim König. Voll bescheuert. Der Kater wurde in das Zimmer des Königs geführt. Na klar, er hat auch Hunger. Da kann ja jeder kommen. Nein, nein, nein. Also meinst du, wie wahrscheinlich ist es, dass man, weil man ein Kaninchen dabei hat, zum König starb? Kommt drauf an, wenn er Hunger hat, dann ist es toll. Ansonsten ist es Quatsch, der hat ja seine Leute. Aber du stellst doch vor, du gehst zur deutschen Botschaft und sagst, ich habe hier fünf Euro, ich möchte Angela Merkel sehen. Und dann sagen die, oh, fünf Euro, Tür und Tor, mach auf. Der, der hier das Handy hält. Hallo, mit fünf Euro bist du dabei? Ja. Schon bei der Lotterie, oder nicht? Aktion sorgenlos, verstehe. Ja. Der, der hier das Handy hält, der ist ja mal von einem Kumpel, der im Bundestag gearbeitet hat, eingeladen worden in den Reichstag. Da muss man unten erst mal fünf Ausweise zeigen, die man ja nicht hat. Und ich war da auch drin. Ja. Und dann muss man durch sechs Sicherheit schleusen. Aber bei der Bild ist es auch so. Ja, da war das auch so. Aber warum? Da war doch kurz davor Charlie Hebdo. Und seitdem haben die das eingeführt, dass da immer, wir waren dann auch im Spiegelgebäude, da haben die sogar unterm Auto geguckt, ob wir Bomben versteckt haben. Ja, echt krass. Mit so Spiegeln. Okay, weiter, weiter. Wie, 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 wie? Gut, also, fassen wir mal zusammen, wir kennen das ja aus, ich sag nur, Siegfried, der Film. Da kommt Siegfried am Tor an und klopft und sagt, ey, ich will hier rein. Und was sagt der? Verheiratet. Wer bist du denn? Und wenn du der König von China wärst? Ich bin der König von China. Ja, und dann ist die Tür zu und dann... Nein, der sagt... Ja, du winzelt besser. Erzähl es mir. Nee, ist okay. Wir schweifen schon wieder ab. Ja, naja, abschweifen gehört beim Podcast dazu. Ähm, also, der Kater verbeugte sich tief und sprach. Leonardo, Sie wieder. Ey, Majestätenatze, hier ist ein wild Kaninchen. Ich wurde vom Grafen von Karabas beauftragt, ihm dieses Kaninchen zu überbringen. Und das steht jetzt wirklich hier, der Kater erfand den Namen für diesen Herrn. Hallo, Katzen sind schlau. Aber ich hab ja gesagt, ich sag nicht mehr Herrn. So muss ich es nochmal korrigieren. Der Kater erfand den Namen für seinen feinen Herrn. So. Sage deinem feinen Herrn... Nee, das ist ja nicht Leo, das sagt ja der König. Sage deinem feinen Herrn, dass ich mich sehr freue und ihm dafür danke, erwiderte der König. So. Oh, toll. Ich hab ein wild Kaninchen bekommen. Das rettet mir ja den Tag. Meine Güte. Das ist ja ein... Was mach ich jetzt mit dem Vieh? Na, vor allem junge Kaninchen. Nicole, sag dein Lieblingssatz von Alice im Wunderland. Atmet den Kopf! Leider, wa? Einige Tage später versteckte sich der Kater in einem Weizenfeld und stellte dort seine Falle auf. Ich erinnere noch einmal, die Brüder haben den jüngsten Sohn rausgeschmissen. Er hat sein letztes Geld, wenn er überhaupt welches hatte, wahrscheinlich hat er sogar seine Jugendlichkeit an den Schuster verkauft. Sag ich mal so, um die Stiefel zu bekommen. Er hat nichts. Einige Tage später, also eine Woche, wie lange kann man ohne Essen überleben? Ich glaube, der hat trotzdem Mathe essen. Na, was denn? Wenn du Mehl futterst. Du meinst, er bestiehlt einfach weiter seine Brüder. Mehlsuppe? Die kriegen das doch nicht weg mit für ein paar Gramm Pälen. Du meinst, er stiehlt sich immer heimlich in die Mühle rein. Oder die wiegen jedes Gramm Mehl ab. Ich glaube, nein. Aber er stiehlt sich immer in die Mühle rein und dann stopft er sich eine Handvoll Mehl in den Mund. Oder der holt sich ein bisschen Getreide, ja. Ich schimmel gerade vor. Ich würde das so machen. Immer wenn ich nicht hingucken und dann kommen sie rein und sagen, hast du gerade Mehl geklaut? Und dann hat er so ein vollkommen weißes Gesicht und sagt, nein, ich nicht. Wie kommt der denn auf die Idee? Oder er bastelt sich so einen riesenlangen Strohhalm wie im Film und dann schiebt er das direkt aus den Säcken so raus. Alter, Götz! Durch die Nase, wie Kokain, so mit Mehl so rein. Alter, Götz! Ja. Als zwei Rebhühner in den Sack tapsten, zog er an der Zugleine und fing beide ein. Und wie er es schon einmal mit dem wilden Kaninchen getan hatte, ging er wieder zum König. Dieser war über die zwei Rebhühner hoch erfreut und ging dem Kater und gab dem Kater etwas zu trinken. Ein Bierchen. Ich denke auch. Ein Katzenbier. An dieser Stelle übrigens Katzen vertragen keinen Alkohol, den kann ihre Leber nicht abbauen. Also was hat der wohl zu trinken bekommen? Katzenmilch. Wasser. Hier, Kater. Kuhmilch. Hier bekommst du etwas zu trinken. Damals hat man den Katzen ja Kuhmilch zu saufen bekommen. Und damit komischerweise haben die Katzen das damals auch vertragen. Meine Oma und Ueser hat Kuhmilch gesuppen. Heutzutage kriegen die jetzt einen Katzen Durchfall von dem Mist. Wer weiß, wer weiß. Und bei uns. Wir kriegen ja auch immer mehr Allergien. Auf diese Weise ging der Kater die nächsten zwei oder drei Monate vor. Klar, Leonardo. Also du kannst mir erzählen, was du willst. Irgendwann muss doch der jüngste Sohn auch mal Hunger haben oder ein Problem kriegen. Irgendwann fällt das auf. Wenn man jeden Tag 100 Gramm Mehl klaut, sind das in drei Monaten drei Kilo. Irgendwann fällt das auf. Sie messen das doch nicht ab, Mensch. Was messen das nicht ab? Die mussten auch von was leben. Und das Korn kriegen sie ja nicht geschenkt. Das wird ihnen ja vom Bauern gegeben, der dann eine adäquate Menge Mehl dafür haben möchte. Ja, dann ist das auch manchmal eine Menge verloren. Dann ist das aber ein schlechter Müller. Und dann gehe ich da nicht mehr hin. Du versuchst es doch nur schön zu reden. Ja, man muss immer alles positiv sehen. Naja, er besuchte den König von Zeit zu Zeit und brachte ihm wild angeblich von der Jagd seines Herrn. Als er eines Tages hörte, dass der König mit seiner Tochter, der wunderschönsten Prinzessin auf der Welt, das Flussufer entlangfahren wollte, sagte der Kater zu seinem feinen Herrn, Wenn du meinen Ratschlag befolzt, ist das Glück mit dir. Du brauchst nur an der Stelle des Flusses zu baden, die ich dir zeilen werde. Das Übrige überlasst nur mir. Das ist also, mir rollen sich die Hufnägel hoch, wenn ich das höre. Das ist so hanebüchen und bekloppt. Aber naja. Wie wollen wir auf die Katze? Der junge Mann tat, wie ihm sein Kater geraten hatte. Trotzdem, der junge Mann, jetzt ist es wieder ein junger Mann, ja, trotzdem wunderte er sich, ob dies helfen sollte. Während er badete, kam der König den Weg entlang. Der Vater, ach, der Vater schon, der Kater fing an laut zu schreien, Hilfe, Hilfe, mein feiner Herr, der Graf von Karabas ertrinkt. Als der König den Hilferuf hörte, schaute er aus dem Wagenfenster heraus und erkannte den Kater, der ihm viele Male Wild brachte. Sofort befahl er seiner Leibwache, den Grafen zu retten. Während der arme junge Mann aus dem Fluss gezogen wurde, näherte sich der Kater dem Wagen und erzählte dem König, dass Diebe die Kleider seines feinen Herrn gestohlen hatten. In Klammern steht, flüsterig, in Wirklichkeit hatte der Kater sie unter einem Stein versteckt. Wie hat er den Stein noch hochgekriegt? Ach, jetzt kommt wieder Frau Müller. Wie der feine Herr sich über Monate ernährt, ist völlig unwichtig. Er lebt auch von Mehl. Aber die Klamotten sind ja nicht klein. Ach, wie lecker. Wie willst du die da hochheben, dass die in den Klamotten runterbekommen sind? Dann mache ich einfach in Wirklichkeit... Ich habe gesagt, ich hätte die in die Büsche geschmissen. In Wirklichkeit hat er sie einfach in den Fluss geworfen. Aber die schwimmen ja vielleicht, im blödesten Fall. Nur einen Moment. Das sind ja alte, nicht gewaschene Sachen wie... Das weißt du nicht. Vielleicht sind das ja... Der König jedenfalls beauftragte sofort seinen Kleiderwart für den Grafen von Karabas einige von seinen besten Anzügen auszusuchen. Stopp. Er macht eine Wagenfahrt am Fluss entlang. Der hat vielleicht einen Koffer voll Klamotten. Außerdem hast du das Märchen nicht gesehen. Hat er ein Kleiderzimmer dabei? Der hat Koffer dabei. Ich glaube, das ist der König von des Königs neue Kleider. Und der sollte einfach nackt gehen. Das ist einfach ein anderes Märchen. Meine schönsten Anzüge sind eben Luft. Immer vor der König wird nass, dann hat er immer Wechselkleidung dabei. Ja, immer Wechselluft. Und vor allem, wenn er sich auf der Mitte der Fahrt entscheidet, oh, mein Güldniskleid passt nicht mehr, ich will jetzt ein anderes, dann kann er nicht um... Dazu passt es nämlich auch, wenn er nämlich Luftkleider anhat, passt auch. Der König schenkte dem jungen Mann viel Aufmerksamkeit. Lechz, lechz. Denn er saß ja nach wie vor nackig vor ihm. Los, weiter. Guckt er aber richtige Sachen an, er hat in Schlüpfer gebadet. In Schlüpfer. Aber dann hätte man am Schlüpfer erkannt, dass er eine arme Wurst ist. Und kein reicher, weil ich glaube, die hatten damals nur so eine Art Windel. Wenn überhaupt ein Schlüpfer. Leonardo sagt, nee, 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 nee. Der Schlüpfer war noch Adelsklamotten. Okay, weg vom Schlüpfer, weiter. Die schöne Kleidung, die ihm gegeben wurde, betonte sein edles Gesicht und seine ganze Gestalt. Wir sehen also, der Müllers-Bursch war schon immer von edler Figur. Oder, das bedeutet einfach, er hat die letzten drei Monate so wenig gegessen, dass man die Wangenknochen extrem sehen konnte. Das ist dann ein edles Gesicht. Ja. Denn dünn sein konnte sich auch nur leisten, wer reich war. Aber damals war das ja auch so, dass die nicht braun sein durften. Also, man hat ja gesehen, ob er edel war oder nicht. Aber das ist dann auch wieder unlogisch. Denn eigentlich... Sind die ja weiß wie ein Popo. Ja. Ah, ich verstehe. Er ist eigentlich super gebräunt. Da er aber jeden Tag Mehl isst, ist das Gesicht immer noch weiß. Und die denken, oh. Und da keine Sonne rankommt. Die haben sich doch damals auch gepudert ohne Ende. Vielleicht hat er immer noch eine Mehlfresse. Ich stelle mir gerade vor. Und, weiter. Ja, ja. Die Tochter des Königs bewunderte ihn sehr. Uh, yay. Der König schlut den Grafen ein, ihnen für den Rest des Weges Gesellschaft zu leisten. Der Kater war sehr erfreut zu sehen, dass sein Plan zu arbeiten begann. Trotzdem war noch viel zu tun. So rannte er vorne weg. Und da muss ich sagen... Und da muss ich sagen... Und da muss ich sagen... Und da rennt eine Katze her. ...mit Stiefeln an den Füßen. Mich würde mal interessieren, ob zwei oder vier Füßen. Das hatte ich am Anfang schon gefragt. Hat sie zwei oder vier Stiefel? Na gut. Er rannte vorne weg und traf bald auf einige Bauern, die auf einer Wiese das Gras mähten. Hört zu, ihr Bauern! Dann, sagte er. Wenn ihr dem König nicht erzählt... Jetzt kommt übrigens ein supergeiler Satz. Wenn ihr dem König nicht erzählt, dass die Felder, auf denen ihr arbeitet, dem Grafen von Carapaz gehören, werdet ihr alles wie ihr Haktes aussehen. Ha? Dann wird er alle töten! Und zermatschen! Werdet ihr alle wie ihr Haktes aussehen. Steht genauso da. Haktes. Ke Haktes. Ich denke mal Kralle rausziehen und immer durch die Fresse. Wapp, 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 wapp! Er nennt sich eine Godzilla-Katze. Ja. Gut genug. Als der König die Bauern traf, fragte er, auf wessen Feldern sie arbeiten. Die gehören dem Grafen von Carapaz, antworteten sie alle. Oh, du hast hier aber ein beachtliches Vermögen, sagte der König zum Müllers Sohn. Wie Majestät sehen, er bringt diese Wiese jedes Jahr aufs Neue überschüssige Ernten, antwortete der junge Mann, wunderte sich aber über die Worte der Bauern. Ist er jetzt Sozialökonom oder wo hat er diesen geschwollenen Satz her? Das ist ein Biobauer. Ja, Biobauer. Vor allen Dingen, die Wiesen bringen überschüssige Ernten. War Gras und Heu damals so viel wert? Ach, ich weiß. Das haben sie dann alles zum König von Rumpelstürzchen gebracht, der daraus ja Gold macht. Deswegen war Stroh damals wahrscheinlich so viel wert wie Gold. Jetzt macht's wieder Sinn. Der einfallsreiche Kater jedenfalls ging immer nach vorne weg, traf auf einige Knechte und erzählte ihnen, ich muss jetzt umblättern und bin jetzt schon gespannt, was er denen androht. Hört mal, Herr, ihr Knechte, wenn ihr nicht sagt, dass dieser Weizen dem Grafen von Karabas gehört, werdet ihr wie der Hacktes aussehen. Wie der Hacktes? Ja, irgendwie ist seine Drohpalette sehr kleingestrickt. Na, ist eine Bauerskatze. Der König, der wenig später den Weg entlang kam, fragte, wem dieser Weizen gehöre. Ja, gehöre dem Grafen von Karabas, antworteten die Knechte. Der König war über den jungen Mann noch mehr erfreut. Oh, der ist geil, der ist geil. Der Kater lief noch immer vorne weg und teilte jedem, den er traf, die gleichen Worte mit. Schön ausgedrückt, dass er ihnen mit dem Tode oder der Verstümmelung droht, ne? Der König war über den unermesslichen Reichtum des Grafen von Karabas erstaunt. Was mich an dieser Stelle aber schon etwas verwundert ist, dass der König die eigenen Landesgrenzen und die Nachbarkönigreiche nicht kennt. Denn er reist ja nur am Fluss entlang. Eigentlich müsste er doch wissen, durch wessen Territorien er da kommt. Aber naja. Endlich erreichte der gerissene Kater ein wunderschönes Schloss, das einem Ungeheuer gehörte. In Wirklichkeit war das ganze Land, durch das der König fuhr, ein Teil des Besitzes, der zu diesem Schloss gehörte. Und ich weiß auch schon, in wem das Schloss gehört. Das ist ein anderes Märchen und heißt Die Schöne und das Biest. Die Schöne und das Biest, der hat doch ein Schloss. Davon wusste aber nur der Kater, denn das ist ja ein anderes Märchen und dafür muss man ja belesen sein. Er bat darum, das Ungeheuer zu sprechen. Es begrüßte ihn so höflich, wie Ungeheuer es kennt und bat ihn Platz zu nehmen. Jetzt darfst du mir sagen, wie höflich begrüßt Ungeheuer ungebildene Gäste. Bitteschön. Denken Sie sich mal so zwei, drei Sätze aus. Juju, komm her. Juju, komm her. So begrüßen. So begrüßen. Ungeheuer. Ungebildene Gäste. Genau, Juju ist das Ungeheuer. Juju, Juju, wie begrüßen die Ungeheuer die ungebildene Gäste? Wie begrüßen die die Ungeheuer? Juju, wie begrüßt das Ungeheuer die ungebildene Gäste? Juju, du zeigst es vor. Du meinst, Juju ist das Ungeheuer? Juju ist das Ungeheuer. Ein kleines Ungeheuer. Juju, Ungeheuer. Ungeheuer lecken das Gesicht vom Kater ab, meinst du? Ja, guck hier. Ungeheuer, Juju. Okay, weiter in der Story. Man hat mir gesagt, sprach der Kater, dass du die Fähigkeit besitzt, dich in alle Arten von Tieren inklusive uns zu verwandeln und dass du dich zum Beispiel in einen Löwen oder einen Elefanten verwandeln kannst. Stimmt das? Ich bleibe in einen Chihuahua. Stimmt denn das? Juju, komm her. Das ist wahr. Antwortete das Ungeheuer, Barsch. Das ist wahr, sagt sie. Ich sehe hier gerade ein schönes Foto, wo ein Löwe alles kaputt macht, aber Fotos kann ich euch nicht zeigen in einen Urheberrechtsschutz. Ja. Und um es dir zu zeigen, werde ich mich in einen Löwen verwandeln. Nee. Und um es dir zu zeigen, werde ich mich in einen Löwen verwandeln. Der Kater war so erschrocken, plötzlich einen Löwe zu sehen, dass er auf den nächsten Dachbalken sprang und das Dach sicher erreichte. Die Stiefel jedoch hätten ihm dies beinahe unmöglich gemacht. Also mal ganz ehrlich, die Stiefel sind einfach eine beschissene Idee. Juju, komm her. Juju, komm her. Der, der die Kamera hält, wird hier gerade fast vom Ungeheuer weggelegt. Juju, komm her. Als ich das Ungeheuer wieder zurückverwandelt hatte, kam der Kater herunter und leckte sein zerzaustes Fell. Mir wohl ebenfalls gesagt, fuhr der Kater fort, dass du die Macht hast, die Gestalt von kleineren Tieren anzunehmen. Zum Beispiel Schiwawa. Zum Beispiel in eine Schiwawa. Hör doch mal auf, mir immer die Sicht abzulecken. Das ist eklig. Und dass du dich in eine Ratte oder eine Maus verwandeln kannst. Moment, ich krieg mal kurz Corona-Anfall. So. Ich finde es beinahe unmöglich, dieses zu glauben. Zu glauben. Also allein schon, wie die das formulieren, ist der Hammer. Unmöglich. Juju. Warte ab und schau hier. Rief das Ungeheuer. Und augenblicklich verwandelte es sich in eine Maus. Wo ist sie denn? Sie ist in der Maus verwandeln. Und begann, über den Fußboden zu laufen. Was denkst denn du, was jetzt geschah, Nicole? Jetzt hat das riesengroßkatzentier die Maus aufgedüttet. Richtig. Sobald der Kater die Maus erblickte, stürzte er sich auf sie, fing und fraß sie auf. Jetzt habe ich wieder eine Frage zur Biologie, die du mir hoffentlich erklären kannst. Wenn Katzen eine Maus sich holen, wird gekaut oder direkt runtergeschluckt? Wird gekaut, ist ja keine Eule. Du meinst also, das Monster wurde wirklich getötet? Nicht, dass es im Magen ist und einfach nur... Ich finde es übrigens lustig, wie Juju ihre Rolle kennt. Sie kommt an, wenn das Ungeheuer anfängt und wenn ihre Rolle beendet ist, dann verpisst sie sich auch wieder. Ohne, dass wir was dazu gesagt haben. Sehr schön, Juju. Ich hatte dich gerade gelobt. Juju ist ja ein Schauspieler. Naja gut, jetzt braucht sie hinten meinen Schwanz. Spielst du noch, meine Rute? Okay, weiter. Der knackt die kaputt erstmal. Und dann werden die gefressen. Aber er frisst die zum Glück nicht. Er überlässt die anderen. In der Zwischenzeit erreichte der König das Schloss und wollte den Besitzer sprechen. Als der Kater das Rumpeln des Wagens hörte, der über die Zugbrücke rollte, kam er ihm entgegen und sagte zum König, Eure Majestät, willkommen auf dem Schloss des Grafen von Carabas. Wenn ich übrigens mal noch einen kurzen Einwand machen darf, betrefft der Logik dieses Märchens. Wenn er mal ein Stück Ding gefressen wurde, hätte er sich nicht zurückverwandeln können? Deswegen fragte ich, hat er gekaut oder wie beim Rotkäppchen nur runtergeschuckt? Also der Kopf wird immer erst zerknirsch, der Physik. Gut, dann ist er tot. Und die vor allem brechen die jetzt weg. Darf ich aber mal bitte eine Anmerkung zur Logik dieses Märchens? Übrigens nett, dass du für alle Fußfetischisten die Mauge rausstreckst. Aber darf ich mal bitte was zur Logik machen? Drei bis vier Monate bezürzt, der Kater den König mit Wildbrett. Dann hätte er direkt das Monster gekillt, hätte der junge feine Herr das Königreich übernehmen können, hätte er eins gehabt. Stattdessen macht der Kater einen unglaublichen Umweg. Ich meine, stell dir mal vor, er wäre nicht vorgelassen worden. Katzen sind halt nicht die Hälte. Was wäre dann passiert? Entschuldige, Leonardo. Also jedenfalls, der König kommt beim Schloss an und sagt, die Katze sagt, Eure Majestät, willkommen auf dem Schloss des Grafen von Karabas. Was? Der Herr Graf? Moment, wieder falsch. Was? Der feine Herr Graf? rief der König. Das Schloss gehört dir auch? Nee, ich wohne im Zelt und habe Wiesen und Felder. Damals hatten die Glorikner Knitzelte, oder? Das Zelt wurde meiner Meinung nach recht früh entwickelt. Ach stimmt. Man braucht ja nur zwei Stoffbahnen oder noch primitiver. Ich meine, Indianer leben ja auch im Tipi. Ja, aber der hatte nichts. Also woher nimmt er die Stoffbahnen? Ja, entschuldige bitte. Ich glaube, man hat eher zwei Stoffbahnen, als dass man seinem Kater Stiefel anfertigen lässt. Nein. Ein Spruch, euer Herr. Und jetzt kommt noch der super Spruch vom König. Niemals habe ich etwas gesehen, als diesen Innenhof und alle Gebäude drumherum. Äh, nee, Quatsch. Niemals habe ich etwas Schöneres gesehen, als diesen Innenhof und alle Gebäude drumherum. Lass uns hineinschauen, bitte. Soll heißen, bei mir zu Hause, da wohne ich ja dagegen in einer Einzimmerwohnung. Das ist ja der Hammer hier. Was mich dann wieder zu der Frage bringt, warum der Kater diesen bescheuerten Weg gewählt hat. Wenn es doch da scheinbar deutlich geiler ist. Also echt. Na, vielleicht hat er den aber auch erst bei den Spazierenden. Ich weiß, worauf wir hinaus wollen. Es ging nicht ums Königreich. Der junge Mann, der junge feine Herr soll einfach eine geile Prinzessin zum Schäkern haben. Und der König hat ja, wie wir gehört haben, die wunderschönste Prozesse in der Welt. Aber auch dann hätte er ihm ja erst das Königreich holen können und dann wäre er einfach mal da vorbeigegangen und hätte gesagt, König, krieg dir mal meine Putze an. Da hängst du da ein Zimmerwohnung. Und lass bei mir im Keller auf. Richtig. Kriegst auch meine Mühle und meinen Esel. So. Und meine Brüder. Der junge Mann reichte der Prinzessin die Hand und beide folgten dem König in einen großen Saal, in dem ein großartiges Essen serviert wurde. Was? Das soll heißen, der König steht mal eben vorweg. Ist nicht mein Schloss, aber ich geh mir einfach vorweg und kick mir die Putze an. Was ja Sinn macht, weil der feinde Herr ja selbst noch nie in diesem Schloss gewesen ist. Da haben wir eine Begründung für. Das Ungeheuer hatte das Essen für seine Freunde anrichten lassen, die am gleichen Tag zu Besuch kommen wollten, sich aber nicht trauten, weil sie wussten, dass der König dort war. Nein. Hä? Und seit wann hatten Ungeheuer Freunde? Obwohl schön und so büßt. Tee-Kanne und Tisch und Teller die haben sich jetzt im Küchenschrank versteckt. So, aber vielleicht müssen wir davon... Was war das jetzt gerade für ein komisches Geräusch? Fuchs ist da faul. War das der schwarze Mann unterm Bett? Moritz, erzähl mal weiter, ich muss mal schnell mal nach dem Rechen gucken. Vielleicht können wir uns das so erklären, dass der König mit seinem Wegelchen nicht ohne ein Gefolge unterwegs war und dass die vor dem Gefolge Angst hatten, denn wenn das Ungeheuer böse ist, dann sind die Freunde vom Ungeheuer doch sicher auch Spitzbuben. Meinst du nicht? Ja. Gut. Sobald der König... Ne, sowohl der König als auch seine Tochter waren von den ausgezeichneten Eigenschaften des Grafen von Karabas regelrecht beeindruckt. Soll heißen... Hohle Stiefel übrigens. Der Herr hat Cash. Den halten wir uns warm. Meinst du nicht? Verschieden. Nachdem sie nun auch noch das Vermögen des Grafen gesehen hatten, sagte der König schließlich zu ihm, übrigens muss ich euch leider sagen, dass wie beim Rotkäppchen auch hier das Märchen jetzt ein sehr schnelles drastisches Ende nimmt. Falls du damit übereinstimmst, sehe ich wirklich keinen Grund, warum du nicht mein Schwiegersohn werden solltest, feiner Herr Graf. Der feine Herr Graf verbeugte sich tief, nahm die Ehre an, die ihm der König erwies und am gleichen Tag heiratete er die Prinzessin. Was? Der kluge Kater erhielt den Titel Edelmann, heute würde man sagen Ehrenmann und jagte nie wieder nach Mäusen, außer aus Spaß an der Freude. Warum sollten die Katzen jetzt noch nicht machen? Ende. Was? Ja. Leo, was hast du für ein komisches Märchen ausgesucht, du Vogel? Ja, also damit hatte der feine junge Herr jetzt eben zwei Königreiche und ich persönlich Und eine Tussi! Ich persönlich hätte die Mühle und den Esel jetzt einfach annektiert und hätte gesagt, ihr habt jetzt gar nichts mehr, das gehört jetzt dem König, denn das Recht hat ja der König, einfach Dinge wegnehmen. Ja, auf jeden hätte ich auch gemacht. Und dann hätte ich gesagt, ihr dürft jetzt bei mir Zwiebeln schälen für den Rest eures Lebens. Und Kartoffeln. Zwiebeln schälen und Knoblauch kauen, das ist das, was ihr jetzt in Zukunft machen würdet. Knoblauch kauen, das check ich nicht. Weil das super eklig ist. Aber die würde ich nicht bei mir in der Küche einsetzen, die spuckt mir eine ins Essen, das wäre oh eklig. Ihr müsst für den Rest eures Lebens Lebertran schlürfen. Aber dann bleiben die ja gesund, weil das hat unheimlich Aber es ist wahnsinnig ekelhaft. Aber Moritz mag es. Ihr müsst Schmerztabletten vorkauen. Moritz, du magst es ja. Ihr müsst meinem Ehrenmann, dem Kater, die Mäuse vorkauen. Für den Rest eures Lebens. Okay, wir machen mal Schluss. Und jetzt ekelig langsam und rutsch. Wir haben jetzt hier 42 Minuten gequatscht und Paule will raus. Denn entgegen der Zeit, wo dieser Podcast gepostet wurde, ist jetzt quasi Zeit. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mal in die Kommis, welches Märchen wir nächste Woche machen sollen. Und taut ein Like da rein. Lasst ein Like da und ein Kommi und aktiviert die Glocke oder lasst es auch bleiben. Vor allem aber schaut die TikTok-Videos. Und er geht jetzt noch eine Runde. Du gehst jetzt noch zu schlafen. Ich muss jetzt noch eine Runde pennen. Und nächste Woche wieder, wie gesagt, schreibt mir mal dazu, was ihr findet, ob das Märchen gut war oder nicht. Ich sehe den, Moritz, ja. Ob euch die Geschichte gefallen hat, ob wir mehr davon machen sollen. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht und schlaft schön. Bis nächsten Freitag. Tschaußen, Pausen. In 20 Uhr kommt der nächste Podcast. Tschüss. Tschüss. Leo legt sie erst mal eine...